Ducke, 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 Ducke. Okay, wir müssen gucken, dass wir hier schnell durchkommen. Ist alles gar nicht mal so gut. Linkes Haus ist das Bounty. Okay. Da oben. Dann Fenster. Dann rennen. Auf ping war der. Wir sehen. Treffer. Sehr gut. Treff ich rein? Geil, rein getroffen. Sehr gut. Fenster aufgemacht. Hier ist einer hinter. Ah fuck, ich blute. Ich muss die Blutung weg. Mach ich grad. Ich muss die Blutung weg. Der steht grad rein, ne? Dann verändert sich die, der Wurfwinkel. Also das kann ich ja gar nicht leiden. Ich habe ihn durchgebrannt. Ich bin durchgebrannt. Er muss sich von draußen kommen. Ich komme hier hin. Ich sehe ihn. Ist da gerade einer gestorben? Nee, nur gehintet. Wo hast du ihn gesehen? Genau da. Hier war er. Oh fuck. Scheiße. Ich bin runtergefallen, ey. Ich bin anbrennen. 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 Der ist er. In der Ecke. Ja. Versuch die selbe Ecke anzugreifen, Michael. Guck wo der angreifen. Dann greif auch da. Hinter der großen Tür da gerade ist. Zum Beispiel einer. Ja. Mitten durch das Loch bin ich gefallen. Bin aus. Die große Schiebetür, Michael. Reingucken. Aha. Stacheldraht. Genau, da ist einer wo der Stacheldraht. Wir können natürlich auch versuchen bei mir reinzukommen. Da unten durch die Tür. Michael, deck den mal. Vor allem nach links halt. Oh, du kannst versuchen mich aufzuleben. F, 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 F. Mach ich. Mach die Lampe aus. Wenn du die Lampe über dir anschießt, dann verbrennst du sofort. Mit F. Genau. Durch das selbe Loch jetzt ehmen. Kriegen wir ihn da raus? Nein, oder? Hast du eine Granate? Wenn du eine Granate hast, kannst du damit den ganzen Stacheldraht wegmachen. Du hast keine Granate. Das ist keine Granate. Das ist eine Haftbombe oder so, gell? Das ist eine Krachbombe. Aber er müsste eh erst mal... Ich meine auch, ich liege neben dem Stacheldraht. Aber... Ich weiß es nicht genau. Hey, Wendorf. Oh Mann, ey. Ich wusste, dass das passiert. Alter, ich dachte ich bin weit genug außerhalb. F, F, F. Du bist nicht in Deckung. Ich weiß. Ich bleib die ganze Zeit im Scheiß hängen, Mann. Es ist irgendwie... Mal... ...laufe ich durch den Buschenbleib irgendwo hängen, oder... ...an irgendwelchen komischen Sachen bleib ich die ganze Zeit hängen. So, pass auf jetzt ducken, runter und rein, Michael. Links von dir. Ducken, runter und rein. Hiel dich erst. So. Da oben musst du mal sehen. Höhe hoch. Ich glaube, der ist nicht über mir in der Staffelrad. Nicht da hingehen, nicht da hingehen. Zwei Stunden später. Wussten wir uns da dran an, äh, Leiter an dem Dicken vorbei. Wobei. Den würde ich ausmachen. Oh. Ist da einer drin? Kann sein. Aber ich hör keinen sterben. Wer dagegen spricht. Geh näher ran. So, Rest ist jetzt ein Dicker. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da könnten wir hoch. Über ne Leiter. Dann geh wieder hoch. Oder sag mal hier rein. Wecker! Hebt! Hast du irgendwelche Waffen dabei? Michael. Irgendwas Bienenbombenmäßig oder so. Ähm, ich hab ne Haftbombe oder so. Was ist das? Schmeiß den mal da rein. Ne Haftbombe. Oben. Oben drin. Du darfst dich natürlich nicht da vor dem Loch zeigen, wo jetzt die da drauf kommen. Ja. 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 Off Night bekämpfen. Ich schieb dich jetzt auf. Direkt abhauen. Ja. 3, 2, 1, los. Hopp. 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 Oh scheiße. Der hat eigentlich den Krieg gegeben. Weg, weg. Man kämpft den doch nicht. Spar deinen Zun für das Team. Die vom anderen Team haben mich grad angeschossen, also sie könnten auch nicht da. Ja, aber die kommen auch nicht hier raus. Ja, rechts am Fenster könnten wir hoch, aber... Ne? Kannst du was meinen? Okay, pass auf. Ich geh jetzt vor. Ich hab die mehrere Male angelegt. Hier ist ne Tür. Wir könnten auch hier hoch. Einer ist down. Ja, ich komm da nicht durch, durch die Tür. Okay. Rest der Stachelberatz. Ich folge dir auf der Leiter. Ich glaub, man kommt eben trotzdem nicht rein, so wie ich das sehe. Die haben den wieder aufgehoben, obwohl ich genau in den Dingens, wo ich hingehalten habe, wo er aufgehoben hat. Ah, fuck. Hier geht's nicht weiter. Wo sind wir denn? Ich geh jetzt einfach hier runter. Scheiße, Polo. Wir könnten jetzt hier rein, wo wir vorher drücken. Hier könnten wir durch. Ja. So. Hier müssen wir rein. Wir haben da echt... Mehrere Leute gestorben. Ach, hier sind wir. Wir müssen jetzt hier abhauen. Jetzt. Ja. Ja, korrekt. Ja. Korrekt. Ja. 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 Wir kommen aber auch nirgendwo mehr raus halt, ne? Was ist das? Wir sind überhaupt noch da. Ja, ja. Wir sind noch da. Wir sind genau beim Alpha irgendwo. Ich geh jetzt auch zum Alpha wieder. Na, hier ist Heilung. Wir könnten hier rein, ne? Ja, wo die uns eben abgeschlossen haben. Können wir machen. Machen wir das. Alle rein. Michael, rein. Schnell bitte. Hint. Hint. Hier ist noch einer. Wir haben einen Flash nach hinten. Ja. Kein Gehitte. Hier ist noch einer. Da ist jetzt auch einer. Links ist einer rum. Hint. Einer vor mir, genau vor mir. Was? Ich hab den. Kannst du mir mal Deckung geben bitte? Michael. Ja. Damit ich den aufheben kann. Oder du hebst den auf. Mir egal. Ich geb dir Deckung. Okay. Hint. 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 Ich spritz mich. Okay. Da kommt einer. Wow. Wow. Okay, die haben meinen. Mein Kill aufgehoben. Ist das Säbel oder was? Die sind wieder zu zweit. Ja. Korrekt. Er hat mich. Hast du ihn getötet? Du hast ihn getötet. Sehr gut. Ganz genau aufgeben, glaube ich. Ja. Geht er weg. Von links. Ich lebe mir das Bounty auf. Drei. Vier. Auf der Seite. Ich revive dich. Michael, hoch dir bitte das Bounty. So schnell es geht. Hau dann ab nach hinten. Was ist das Plan? Wo ist das denn? Ich hab einen gefehlt. Ich bin haste. Okay. Okay. Drei Leute noch da. Ich bin ziemlich groß. Wo sind die genau? Einer links. Zwei rechts. Ja, ich kann jetzt Bounty nicht geben. Alles gut. Mir leid. Ich hab einen Bounty. Ja. Korrekt. Und jetzt verstanden sie uns hier. Ich kann nur sagen, wo die sind. Ich hab nur noch eine Sekunde. Oh shit. Michael, guck mal mal drüber. Okay. Okay. Genau da. Das sind zwei. Einer ist links, ne? Korrekt? Da und da. Das sind drei Leute, so wie es aussieht. Korrekt. Ich hab noch zwei Sekunden. Ich hab noch eine. Ich hab noch eine. Okay. Gregorio, bist du's? Das war ich. Ich loot jetzt den Hunter hier. Für eine Sekunde. Jetzt ist er da. Und die anderen beiden sind auf der Seite. Okay. Wir müssen jetzt da raus. Hier rechts mit dem Puschen. Ja. Los, raus jetzt. Puschen. Puschen. Mach ich, mach ich. Hab ich, hab ich, hab ich. Wir kommen von hinten. Von hinten, ja. Keiner da unten. Alter. Von hinten. Von da noch mal. Ich hab den, ich hab den hinter uns. Ich hab den hinter uns. Den den Michael gekillt hat. Gut. Pingen durch, wie sie es. Hast du noch einen Bounty mit dem F10 mehr, ne? So, wer ist denn jetzt noch am Leben? Lass wir gucken. Ich hab gar keinen Bounty mehr. Ja, nur noch die da hinten. Wer hat noch das? Noch Sekunden? Ja, zwei Stück. Die ist da hinten alleine. Zwei Stück da hinten alleine? Noch eine. Da unten müssen wir jetzt zu dritt dann hin. Okay, gehen wir hin. Wen hinter euch? Relativ weit hinten. Okay. Sniper sozusagen. Okay, los geht's. Push, push, push. Push, push, push. Ah, da hinten. Wir haben einen gesehen. Hat mich, hat mich, hat mich. Müsste euch fliegen. Ich warte. Treffer, weg. Ist tot? Ja. Dann heb mich mal auf. Mit der Silent sogar. Achso, nice. Dann heb mich mal auf. Ja, gehen wir mal aufheben. Das war ein guter Lucky. Okay. Aber ganz schön gefailt. Ja. Hat sich jeder von uns einen erledigt, ne? Zu weit ziehe. Ja, das kenn ich. Das muss sich auch umstellen. Ich schieße. Ich schieße. Ich schieße.